Der Hardcore Team Deathmatch So liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer mit dem lieben Auaage Hallihallöchen Ja, kleine Runde Hardcore Team Deathmatch auf der Map Carrier Mal schauen wie sehr wir failen werden Doch, ist ja nicht der erste Versuch Der hunderttausendfache Milliarden Versuch Wir haben den Vorteil verloren Ich bin für das Platz Nein, warst du nicht, davor haben wir das Platz gemacht Ah, doch Richtig, wir haben Ja, da unten wo du herkommst, hingehst, da ist einer Ich weiß noch nicht wo Ja, der hat mich schon weggekriegt Dammit Hm Hm Scheiße Keine Ahnung Irgendwie blöd gerade Boah, ich hab'n Kill gemacht What? Was? What? Noch'n Kill Alter, der geht jetzt richtig ab hier Wir sind in Front Wir haben wegen dir jetzt die Führung übernommen Siehst du? Ich hab'n Mate von uns umgebracht und bin nicht gestorben Das ist ja auch nicht in Newtown forever, ne? Richtig Wir verlieren diesen Kampf Was ist einer drinnen? Wir gewinnen diesen Kampf Irgendeiner von uns hat gerade mal wieder eine Mate in die Luft gejagt Ich nicht Boah, bin ich cool Boah Bilex Profi 4 zu 3 1 zu 4, Alter Arohage Profi Ja, Mann Oder auch nicht Falls ihr das Ganze hier beim lieben Bilex sehen wollt Äh Der wird sicherlich unten irgendwo in der Infobox ganz weit unten beim Mist Beim ganzen Scheiß verlinkt Richtig Irgendwo ganz unten Äh, irgendwo da wo ich Mülltonne hinschreibe Genau Was? 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 Uuuuuh Was ist los? Du hast dich als Mülltonne bezeichnet Ne, ich hab' gesagt, ich packe dich in die Mülltonne Achso Das endet die Situation natürlich komplett Genau Ja Auf dem Montag dürft ihr euch bei mir auf etwas komisches freuen Allerdings auch nur, wenn ihr einen Youtube-Account habt Der für Videos über 18 freigegeben ist Hehehe Denn äh Ich hab' das Format FSK 18 Montag Und äh Ich versuch'n Bilex noch zu überreden, ob er mit dabei ist Aber das seh' ich ja dann Ja, der Aroh hat ja wirklich was Sehr Interessantes geplant Hehehehe Bin ich mal gespannt, wie er das umsetzen wird Ja Meine Oma auch Hehehehe Hehehehe Meine Oma Ja, ich hab's vielen ja noch nicht gesagt, aber meine Oma ist mein größter Fan Hehehehe So'n richtiger Groupie Was, die ist ein Goofy? Goofy Ich hab' gedacht, Goofy Nee, Goofy bist du Oha 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 Bilex hat Vorräte Tarnhelikopter 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 Oha Der Knödel-Mann hat mich getötet Elektrohnenert sich Tarnhelikopter Tarnhelikopter Boah, wie ich den Sniper fertig gemacht hab, hier. Ja, Beast Mode und alle von uns fallen um, sobald du das sagst. Toll, ne? Beast Mode. Holy shit. Ich krieg grad zu viel. Viel zu viel. Ja, viel zu viel Munition in meinen Kopf. Äh, Altmetall bringt auch Geld? Aber ich dachte, ich hab mich schon selber umgebracht. Was? Gewinnen wir etwa? Gewinnen wir etwa? Nur wegen mir? Ja, aber auch nur mit 4 Punkten Vorsprung momentan. Es sieht also noch gut aus. Der Mamuna heute. Das war jetzt ein richtig geiler Kill. Wo sind sie denn, die Gegners? Wo sind die Gegners? Ne, ich darf es leider nicht sehen. Sonst steht Mama Gema vor der Tür. Die Kontrolle verloren. Ah! What the fuck? Wo, 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 wo? Wo? Unten, bei dem Helikopter, äh, bei dem Helikopter. Das ist ja schon bei dem Jet. Unter dem unteren... Ach egal. Scheiße. Ich werde ihn nicht finden. Weehoo. Wir haben die Führung übernommen. Hallo. Ich hätte dich jetzt fast über einen Haufen geballert. Ich dich auch. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Munition und die sagen... Die kommen jetzt alle runter. Schnarre ist gar nichts mehr. Gut zu wissen. Oh, das war ganz knapp. Ganz knapp. Die Spieler sind inakzeptabel. Das wird ein Nachspiel haben. Na dann, dieses Nachspiel werden wir gleich mal vollziehen, oder? Mhm. Würde ich auch sagen. Ich war sogar mal ganz gut. 12 zu 12. Verstehst? Soll ich mal die Scores der letzten Runden vorlesen? Pst. Halt die Klappe. Ich will doch wie ein Profi dastehen. I'm a ISR pro player. Cargo. 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 So meine Freunde. Jetzt zeige ich euch, wie man den Voice Chat benutzt. Cargo. So. Ich habe mal kurz alles stumm geschaltet, damit ich mir jetzt die dummen Beleidigungen, die darauf folgen, nicht mehr anhören muss. Bei mir sind angeblich alle laut, aber... Ja. Keine Ahnung. Scheiße. Vielleicht wollen sie ja nicht mit uns reden. Haben alles verstanden. Oh. Oh. Wie schade. Da habe ich aber Angst. Pff. Oh, jetzt kommt Cargo. Hardcore Team. Deathmatch. Wir haben den Knödelmann im Team. Und ein Prestigemaster. Jetzt wird geknödelt, so wurde noch nie zuvor geknödelt. Ja. In Singapur. Wen hatten wir heute noch? Adolf. 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 Hipster. Adolf Hipster. Oh, ein toller Name. Ja. Muss man wissen, dass wir schon seit guten zwei Stunden zocken. Ich habe First Blood gemacht. Oh. Beast Mode. Beast Mode. Beast Mode. Beast Mode. Nicht. Auf jeden. Doch. So gewöhnlich gehe ich auf Cargo gut ab. Aber es sieht momentan so aus, als wird es wieder nichts. Ach. Du hast doch eh nichts drauf. Felix ist the only one. Ja, Mann! Und der Prestigemaster schafft es, mich abzuknallen. Cool. Der Prestigemaster aus unserem Team. Oh. Die im Gegner-Team, die haben keinen. Achso. Genau. Hi. Wuhu. Alter. Ich dachte, schon gut hier zum Über trouve. Und zum Glück mich. meine freunde sagen ich werde wunderschöne frau ich komme ja doch nicht an den krank das geht mir hier viel zu sehr ab hey guck mal ein holländer ein holländer lass mal hinterher mal gucken wo der wo der sein grasbogen hat auf lauf jung und zeichn mir dein versteck los die hinterhergabbs mach schon zeig mir dein versteck ist auch nichts wir haben den vorteil erhoben da muss sich doch jetzt leider echt verarscht vorkommen minimal ich habe mich jetzt angucken ich glaube den partner nicht holländer jagen leicht gemacht du musst den töten nicht sterben was denn genial wir haben die führung verloren was ich habe schon auf die minute gewartet wo er mich abknackt das ist doch doof grad habe ich mich erschrocken jetzt hätte ich fast den kristigemaster in die luft gejagt ist doch toll so hallo ist da jemand ja ok ich glaube da habe ich ein paar bleibkuppeln gefressen ich habe schon gesagt Metall ist auch wertvoll ja muss ich es anscheinend sammeln was ich habe du arsch war meine blendgranate die da oben ist du tot man aber gleich ich töte dich ich töte dich was nein witz du musst mir alles glauben ja muss ich eben nicht dir ist alles zuzutrauen und das ist meine erste gute runde seit langem also lass es mir was ja jetzt hast du ein teammate gekillt du Sau ja Kameradenschwein wir haben auch schon Kameraden Alter jetzt fangen sie wieder an zu campen kaum kriegen sie kriegen sie auf eine Mütze müssen sie sich im Haus verstecken einzigste begebbare Haus oh 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 ja habe ich gespürt aus dem ich Kevin are you Dutch hat jemand gefragt schreibt schreibt mal no I'm German ich sehe doch ich sehe den Chat nicht beschreib halt du einfach ja aber du musst mir vorlesen wenn da jemand was schreibt ich habe nämlich keinen Chat noch das habe ich mit Absicht nämlich gemacht ich habe nämlich keinen Bock dass da irgendwelche Leute meinen sie müssten haben Kevin du bist scheiße was hat jemand beschrieben warte noch mal warte noch mal ah wuhu wuhu hehehehe what the fuck schmeckt es auch hehehe das ganze gespräch darüber kann man dann beim Vilex gucken denn ich habe keinen Chat an hehehe ich sag einfach nichts dazu was denn ich sag einfach gar nichts dazu hehehe habe ich dir jetzt dein Hobby geklaut oder was Hunter Killer Drohne wuhu Aho hast du Bock einen Papierflieger zu starten AHHHHH hehehe ich habe uns mal was geschenkt was ne Drohne oh 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 dankeschön wie aufmerksam von dir ja ich bin immer sehr zuvorkommend hey ich bin doch immer ganz gut ausnahmsweise mal ja hab ich auch bis ich last kill war hehehe für unser Land Pissed Boat Felix in rage nö aber episch gestorben ist er ja also voll brutal ja mit dieser wundervollen Runde Cargo würde ich sagen verabschiede ich mich mal ich auch schöne Lidl dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wenn es wieder heißt let's play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer ciao bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ja bis zum nächsten Mal